Es sei ein Ressentiment geladenes Machwerk, das den Weg zurück zur D-Mark weisen wolle, lesen wir heute in der Presse. Sarrazin instrumentalisiere den Holocaust für seine Zwecke. Und Peer Steinbrück verhält sich in der Talkshow von Günther Jauch so, als habe er den Liedrefrain von Franz-Josef Degenhardt im Kopf »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern«. Hätten Autor und Verlag auf das große Geschäft verzichtet und hätten den berühmt-berüchtigten Namen durch, sagen wir, Hans Müller ersetzt, »Hätte das einen Sturm im Wasserglas entfacht?« Bei Sarrazin reichen der Name und ein paar Zitate und die Sache ist klar. Ach ja, man kann den Empörten nicht einmal vorwerfen, dass sie keinen Grund zur Empörung haben. Es gibt auch in seinem neuen Buch »Zu viele Despektierlichkeiten«, bei denen sich kulturvollen Menschen die Haare sträuben. Aber müssen wir darauf immer mit den gleichen Reflexen reagieren? Die Nordkurve jubelnd, die Südkurve wütend? Sarrazin untersucht in seinem neuen Buch, ob der Euro ein vernünftiges EU-Projekt ist und ob die Währung eine Zukunft hat. Sarrazins volkswirtschaftlicher Sachverstand ist unbestreitbar. Die Fragen, die er stellt, sind evident. War es richtig, zuerst eine Währungsunion zu gründen, um dann darauf zu hoffen, dass ihr die politische Union folgt, die eine einheitliche Währung braucht? Kann es gut gehen, wenn alle Länder unterschiedliche, oft gegensätzliche Vorstellungen vom Euro haben? Vor allem aber, wohin führt das Krisenmanagement bei der Staatsschuldenrettung? Was Sarrazin dazu zu sagen hat, ist nicht banal. Es gab zwei grundlegende Prinzipien für die Währungsunion. Die einzelnen Staaten sind für ihre Haushalte selbst verantwortlich. Und die Europäische Zentralbank darf auch nicht über verschlungene Wege Geld in einen chronisch defizitären Haushalt stecken, wie es zurzeit geschieht. Sarrazin nennt dies den Weg zur Hölle. Mit dem Versuch, Griechenland von außen zu sanieren, werde die Nation bevormundet, infantilisiert. Der Hass auf die Helfer, die logische Konsequenz. Für Sarrazin gibt es nur eine Lösung. Die Nation muss ihren eigenen Weg aus der Krise finden. Und sei es durch einen vielleicht nur temporären Ausstieg aus dem Euro. Sarrazins Eurobilanz mag zu eng die Bilanz eines Buchhalters sein. Der suggestive Titel und sein suggestiver Schreibstil mögen im Widerspruch zu seinem Versprechen stehen, dem Leser Fakten für ein eigenes Urteil zu liefern. Aber seine Analysen und Schlussfolgerungen haben nichts mit Nationalismus und Demakromantik zu tun. Rückkehr zu den Prinzipien des Maastricht-Vertrages. Das ist der Appell eines Buches, mit dem wir nicht immer einverstanden sein müssen. Mit dem wir uns aber ernsthaft auseinandersetzen sollten. Präzision Untertitelung des ZDF, 2020